Lehmann Lehmann Na, da hab ich gelacht Gelacht Nein, nein, hat mir das Spaß gemacht Mit meiner Frau war ich neulich mal aus Und wir kamen sehr spät erst nach Haus Unsere Wohnung, ich dachte, ich hab schlecht geträumt War von Dieben ausgeräumt Ich war vor Wut schon aus dem Häuschen Da lächelte meine Frau gequält Ich glaub, dass auch die Schwiegermutter fehlt Na, da hab ich gelacht Gelacht Nein, nein, hat mir das Spaß gemacht Im Büro fing ein Neuer heute an Und ich klärte ihm auf, diesen Mann Dass hier jeder ne ruhige Kugel schiebt Und die Arbeit gar nicht liegt Der Neue hat zufrieden geschmunzelt Ich freu mich, wie gut ist Ihr Treff Freuen Sie sich auch, ich bin Ihr neuer Chef Na, da hab ich gelacht Gelacht Nein, nein, hat mir das Spaß gemacht Ja, da hab ich gelacht Ja, da hab ich gelacht Also gesch Euch wäre brauchst Gingen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei und sprach, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Drei Chinesen mussten auf das Polizeirevier. Der Beamte holte Schreibmaschine und Papier. Drei Chinesen mit dem Kontrabass erzählten dann, die Geschichte hörte sich nun plötzlich anders an. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Gingen auf der Straße und erzählten sich was. Die Kim, die Polizei, sprich, wie sie es denn ist. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ja, der Polizeibeamte, der schrieb mühevoll. Alles wurde aufgenommen in das Protokoll. Schließlich tat der brave Mann nicht mehr als seine Pflicht. Doch was stand da, gibt's denn das im Polizeibericht? Als der Rundfunk, das erfuhr, da ließ er keine Ruh. Drei Chinesen mussten kommen zu nem Interview. Doch als dann die Sendung kam, totstaunte jeder Mann. Die Geschichte hörte sich nun wieder anders an. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Da kam der Baller, sah und sprach, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und jetzt probieren wir eine schöne Kniebeuge, meine Damen. Und eins und zwei, jawohl, schön tief. Ich möchte Vorstand sein vom Damenturnverein. Ich wäre endlich dann gefragt als Mann. Und darum möchte ich gern der Vorstand sein vom Damenturnverein. Ich glaub, man hat es dann als Mann sehr fein in dem Verein. Ich will nicht Millionen, um im Schloss zu wohnen. Denn ich weiß, der Zaster, der verführt zum Laster. Doch ich will kein Schaf sein. Was hab ich von brav sein? Ich bin ja nicht ohne. Oh, ist ideal, oh nein, oh nein. Ich möchte Vorstand sein vom Damenturnverein. Ich wäre endlich dann gefragt als Mann. Und darum möchte ich gern der Vorstand sein vom Damenturnverein. Damenturnverein. Ich glaub, man hat es dann als Mann sehr fein in dem Verein. Damen hier, Damen dort, ist das nicht ein schöner Sport? Auf Kommando eins, zwei, drei, tritt man an in Glied und Reihe. Das ist ein Hochgefühl. Alle machen, was ich will. Kegel interessiert nicht mehr. Und der Platz am Stand nicht, der bleibt leer. Man vergisst sogar den Skat, wenn man ein edles Hobby hat. Und jetzt etwas ganz Neues, meine Damen, aufgepasst. Rechte Hand zum linken Fuß und linke Hand zum rechten Fuß. Und eins und zwei, jawohl, schön locker. Ich möchte Vorstand sein vom Damenturnverein. Ich wäre endlich dann gefragt als Mann. Und darum möchte ich gern der Vorstand sein vom Damenturnverein. Ich glaub, man hat es dann als Mann sehr fein in dem Verein. Was soll ich als Playboy mit ner Jacht auf Seeboy? Auch im süßen Leben soll es Ärger geben. Selbst als Held der Leinwand hätte ich manchen Einwand. Ich brauch keinen Namen, nur zum Turnen Damen mit Bizeps. Ich möchte Vorstand sein vom Damenturnverein. Ich wäre endlich dann gefragt als Mann. Und darum möchte ich gern der Vorstand sein vom Damenturnverein. Ich glaub, man hat es dann als Mann sehr fein in dem Verein. Jawohl! In der Wüste, Wüste, Wüste ist es schön. Wenn die Regen, Regenwolken niedergehen. Mein Vater hat mir dreizehn Kamele vererbt. Ja, 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 das hat er, mein lieber Vater. Und nur aus diesem Grunde, ihr Freunde, nur darum lauf ich jetzt in der Wüste herum. In der Wüste, Wüste, Wüste ist es schön. Wenn die Regen, Regenwolken niedergehen. Aber wenn die liebe, liebe Sonne scheint. Hab ich oft in der Wüste geweint. Hab ich oft in der Wüste geweint. Mein Vater hat mir eine Oase vererbt. Ja, ja, das hat er, mein lieber Vater. Das Wasser, ja, das Wasser, das ich dort finden sollt, wird es aus dem Atlantik geholt. Mein Vater hat mir dreizehn zu Leichas vererbt. Ja, ja, das hat er, mein lieber Vater. Die Erbschaft von dem Vater, ihr Freunde, oh ja, war nur eine Vata Morgana. In der Wüste, Wüste, Wüste ist es schön. Wenn die Regen, Regenwolken niedergehen. Aber wenn die liebe, liebe Sonne scheint. Hab ich oft in der Wüste geweint. Hab ich oft in der Wüste geweint. Wo hat denn das Kind sein Wüfechen, Wüfechen, Wüfechen? Warum schreibt das Kind denn bloß auf? Vielleicht fehlt ihm nur sein Wauwau. Wo hat denn das Kind sein Wüfechen, Wüfechen, Wüfechen? Warum war denn bloß die Mama nicht da, als das Wüfechen, 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 Wüfechen? Ich mache Heile, Heile und nochmals Heile, Heile und hinterher noch Ei, 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 Ei. Dann ist der Schmerz vorbei. Wo hat denn das Kind sein Wüfechen, Wüfechen, Wüfechen? Vielleicht muss das Kind bloß aufs Töpfchen gehen. Das wird der Papi gleich sehen. Vater wehren ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Und was man da so erleben kann, na hören Sie sich das einmal an. Na, was hat denn mein Pumpelmäuschen, Wüfechen, Wüfechen, Wüfechen? Papi macht doch Kille, Kille. Wo ist denn das süße kleine Schnullerchen? Hier ist das süße kleine Schnullerchen. Ich mache Heile, Heile und nochmals Heile, Heile und hinterher noch Ei, Ei, Ei. Dann ist der Schmerz vorbei. Wo hat denn das Kind sein Wüfechen, Wüfechen, Wüfechen?